hating Hände hoch. Das ist ein Überfall! Wollen wir mal die Knall है? Kannst du ein wenig rüberrücken? Ja. Wir sind hier gerade in der VR-Bank in Nauterbach und der Julian erzählt uns bestimmt, was hier jetzt passiert. Ich mache das definitiv sogar, sehr gerne mache ich das und zwar, wir drehen was richtig geiles und zwar drehen wir heute einen Banküberfall. Hier riecht es nach Pizza und ich habe Hunger. Wir haben natürlich einen mega geilen Kameramann, der hat sich tausendmal Alarm Probrelf angeschaut, weiß genau wie man geile Actionaufgaben macht und ja, wir drehen erst noch ein paar Close-ups hier tatsächlich, wie er die Maske anzieht und sich auf diesem Banküberfall vorbereitet und dann geht es rein. Heute führen wir das erste Mal mit unserem Vollformat anamorphoten Objektiven. Richtig geil. Es hat zwar nur leider T29-Blende, ist die offenste, aber es reicht vollkommen aus. Wir haben so geiles Licht gesetzt da in der Bank, das Team hat einen super Job gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und wenn ich jetzt noch eine Person mit einer Pizza in der Hand sehe, lass dich aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie doof. Hallo denn? Ne. Leon? Von der Skala von 1 bis 10? Ne 8. Zwei Abzug, weil wir echt überzogen haben. Gut. Was drehen wir jetzt als letztes noch? Letzte Szene, wie er aus der Bank kommt. Glücklich und zufrieden, weil er eine Ausbildung hier anfangen darf. Geil. Das ist doch super. Hey, ich weiß. Wir haben die. Ihr habt unge але. Jeos Monika, jetzt kommtная. завтра u. Alles Liebe euch mal hier ein Thema noch. Uhr Vielen Dank.